Menschliche Begegnungen zu ermöglichen ist eine der wohl schönsten Aufgaben eines Architekten. Im Headquarter von Heidelberg Zement wurde daher das Atrium als Knotenpunkt solcher Begegnungen konzipiert. Es wird von einer komplexen Baumstruktur getragen, die durch das maßangefertigte Leuchtensystem vervollständigt wird. Ein modernes Bürogebäude muss ja heute viel mehr sein als ein effizientes Anordnen von Arbeitsplätzen. Hier soll die direkte menschliche Interaktion zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattfinden und gleichzeitig die Identifikation mit dem Unternehmen gefördert werden. Die Magistrale leistet genau das. Horizontale und vertikale Verkehrswege schaffen die Verbindung und deren gerade lineare Linienführung wird an markanten Ecken aufgebrochen, um Zonen des Austauschs hervorzuheben. Die Reduktion auf das Wesentliche spiegelt sich auch im Casino wieder. Die Kaskadendecke erzeugt Abwechslung und gleichzeitig lädt der Raum aber auch zur Entschleunigung ein. Unser Fokus bei diesem Projekt lag auf dem direkten Austausch von Menschen. Architektur und Licht wirken hier gemeinsam als zurückhaltende, verbindende Elemente.